Ich bin kein Verräter. Geh einfach rein, schau, ob Tyson da ist und komm wieder raus. Klingt easy. Warum machst du es da nicht einfach selbst? Nick, such Tab mit dem Scanner. Dein Scanner ist mit allen Datenbanken auf dem Teiler. Hey, das ist der abgefadte Tag. Guck dir diesen Junkie an. Mann, was für ein alter Penner. Folge ihm mit dem Scanner, damit er es nicht versagt muss. Neine Ahnung, Mann. Aber Sean, besuchst du nach Tyson? Tyson, muss dem endlich mal den Hahn abdrehen. Scheiß Crackhead. Hey, Mann, ich suche... Tyson, das ist nicht so einfach, Mann. Ramschan, Mann, jetzt... Lass mich nicht zu helfen. Alter, geh. Geh, geh. Geh einfach. Das war okay. Lass ihn. Also, Mensch, ich muss Tippen, um uns zu Tyson. Von dem kann ich keinen. Lass den Scanner an und finde raus, was hier bespielt wird. Das Ding hat ein digitales Richtmikrofon. Scanner den Bereich und hör zu. Hey, Fidel. Ganz schön dicke Luft hier drin. Ist Hessen da oder nicht? Ja, wir reden gleich. Verstanden. Tyson ist da hinten. Du hast fünf Minuten. Ja, danke, Mann. Tab, was willst du hier? Das ist Tyson. Scann ihn. Wir brauchen Beweise. Fuck. Ich kann Tyson nicht sehen. Tja, ich weiß auch nicht, Mann. Der soll sich bewegen. Hör auf, überall nach mir zu fragen. Das ist zu gefährlich. Tyson. Einmal noch. Bitte. Mann. Setz dich hin. Ich schau, ob ich was machen kann, okay? No problemo. Kein Problem, Mann. Moment mal. Wer ist das? Keine Ahnung. Was sollen wir machen? Wo, wo, wo? So geht das nicht, so geht das nicht. Es kenne so viele von den Typen wie möglich. Oh, Scheiße. Die sind hinter Tyson her. Komm, wir müssen zu ihm. Los. Zentrale, hier 13. Hier wird geschossen. Wir greifen an. Alle Einheiten. Schießerei gemeldet. Ecke dritte und 33. Komm schon. wir müssen uns an. Menschen, die Leuteが geschossen. Das war, type. Wir müssen uns an. Das war.